Das BMW-Werk in Spartanburg, US-Bundesstaat South Carolina. Eine von derzeit 28 Produktions- und Montagestätten des Herstellers in 13 Ländern. Doch was zog BMW vor 20 Jahren in die USA? Drei Themen damals. Einerseits das Marktwachstum in den USA, was wir gesehen haben, dass wir dort weiteres Potenzial haben. Ein zweiter ganz wichtiger Grund war das Thema Natural Hedging. Die Unabhängigkeit vom US-Euro-Wechselkurs, weil eine Fertigung in den USA uns dadurch die Möglichkeit gibt, in Dollar-Wertschöpfung zu generieren. Und das dritte war, dass wir glaubten, die Marke wird sich hier auch weiterentwickeln. Und der SUV-Markt in den USA war damals sozusagen das Home-Turf. Und da haben wir gedacht, wenn wir eine Produktion hier in den USA starten, dann werden wir die Marke und die BMW-Gruppe weiterentwickeln. Den 20. Geburtstag feiert BMW im Werk ganz nah an der Produktion, in einem schlichten Festakt. Der neue X4 fährt auf die Bühne. Er ist sozusagen der kleine Bruder des X6 und soll als kompaktes SUV-Coupé die Straßen erobern. Den Anfang machte 1999 der X5. Dann kamen im Laufe der Jahre der X3 und der X6 dazu. Gebaut werden die Fahrzeuge nicht nur für den einheimischen Markt. 70 Prozent der hier gebauten Autos gehen in den Export in über 130 Länder, auch nach Good Old Germany. Das bringt uns zu der Frage, wie das eigentlich so ist mit der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit. Erstens war es ganz, ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter hier in diesem Werk wie in Deutschland die Top-Priorität auf Qualität hat. Wir haben hier natürlich auch mehr investieren müssen noch in Ausbildung, Weiterbildung, weil ich nicht wie in Deutschland so viel qualifizierte Absolventen finde, auch Zubis, die eine hohe dreijährige Ausbildung haben. Insofern kann man mal von beiden Seiten lernen. Die Amerikaner sind sehr flexibel, die sind sehr positiv, die sind sehr auch engagiert, was das Thema betrifft, wie in Deutschland. Und wir haben auf beiden Seiten sehr dazugelernt. Das Ergebnis, fast 300.000 Fahrzeuge liefen 2013 hier in diesem Werkverband. Dennoch sind die Wurzeln der hier gebauten Fahrzeuge in München. Die Entwicklung ist zentral in Deutschland, im Forschungsingenieurzentrum und geht natürlich dann mit dem Serienstart hier rein. Aber es gibt einen kleinen Teil der Serienbetreuung natürlich hier in diesem Werk, weil natürlich, wenn in München die Leute schlafen in der Nacht, dann kann hier immer noch die Produktion laufen und da muss einer auch schnell mal entscheiden können. Deswegen gibt es immer eine kleine serienbegleitende Entwicklungsmannschaft, auch hier vor Ort in Spartenburg, auch für lokale Freigaben von Lieferanten. Der Kontakt zur Heimat ist eng, wie zum Beispiel bei Roland Guhr, der für die Produkt- und Prozessplanung des neuen X4 verantwortlich ist. Er ist mit seiner Familie von München nach Spartenburg gezogen. In Deutschland ist bereits mit dem X4, mit dem neuen Produkt, was wir jetzt auf dem Markt bringen, eine Mannschaft nach Deutschland gegangen, Amerikaner, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und diese sind jetzt auch wieder zurückgegangen in mein Team hier in den USA. Das heißt, es ist ein reger Austausch zwischen amerikanischen und deutschen Mitarbeitern und es ist ein tolles Netzwerk gewachsen. Von Beginn an ist auch Charles Jeffrey in Spartenburg mit dabei. Im Vergleich zu amerikanischen Arbeitgebern schätzt er, dass er bei BMW ganzheitlicher in den Entstehungsprozess eingebunden ist. Ich denke, der größte Unterschied sind die Ideen und die Einbeziehung in Planung und Entwicklung des Produkts. Wir bauen die Fahrzeuge nicht nur, sondern wir sind Teil des Entwicklungsprozesses mit unseren Partnern in München. Wir haben ein enges Netzwerk mit anderen Standorten. Auch Anthony Brown ist vom Studium direkt zu BMW gekommen. Er hat einige Jahre in München gelebt, bei BMW gearbeitet und Sprache und Kultur kennengelernt. Vor 20 Jahren hätte es für mich sonst hier in der Region keinen entsprechenden Job gegeben. Wir haben das Werk hier aufgebaut, die erste Fertigungsstraße. Und ich kam zum Team, das den allerersten 318 gebaut hat. Das war toll für mich, so jung mit BMW durchzustarten. Manchmal ist es etwas schwer für die Amerikaner, die tief verwurzelten Bayern mit ihrem Dialekt zu verstehen. Aber das ist Kultur. Es braucht ein wenig Zeit. Und Übung macht einen besser. BMW wird in Spartanburg weiter wachsen. Eine Milliarde Dollar investieren und die Zahl der Mitarbeiter um 800 auf 8800 erhöhen. Geplant ist dann eine Jahresproduktion von 450.000 Fahrzeugen. Übernacht ist dann ein wenig Zeitpunkt. Dann macht man eine